Also, im Namen der Syche-Kommission begrüsse ich euch zur heutigen Sitzung zum Fersenkrünzeln im Atelier von Mäcke. Oh, für mich gerne Mineral, sei so lieb. Gut, anwesend Sinn, natürlich den Mäcke. Ja, ja, komm. Das Mäcke, obwohl sie schon seit vier Jahren nicht mehr mitlaufen. Den Mäckli, ich, die Maja und der Maja glaubt sich entschuldigen. Er kommt ein wenig später von der Schicht, darum habe ich dann... Ta-taaa! Schon da. Salamander miteinander. Salamander. Salamander, bist du hier? Wir haben gerade angefangen. Merci, Mami. Merci, Mami. Gut, wie gesagt, es geht um Laternenfers und das trifft sich super. Denn der Mäcke ist gerade heute mit seiner Arbeit fertig geworden. Wie lange hast du gerade? Zwei Monate. Saubässig. Aber eine Seite fehlt dem Fall noch. Lass mich. Wir gehen. Sind wir bereit? Ja. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Äh, ja. Was ist es? Ein Scheiden. Erlissegrossi. Schaut jetzt. Ich habe mit violetten Schattierungen gearbeitet. Die Konturen ergänzen sich aus lauter Frauen, die demonstrieren. 100'000 Heidenabends. Krass. Links und rechts sehen hier die Fesseln, die gesprengt werden. Insgesamt ergibt sich eine subtile Anspielung auf die Situation der moderner Frau zwischen Abhängigkeit und Emanzipation. Ich finde es genial. Das gibt eine super Sache. Ja, also gut. Und was haben wir denn nochmals für ein Sujet? Ohne mich. Was? Ohne dich. Ohne mich. Das ist Sujet. So wie mir reicht es. Das steht für einen Frauenstreik. Frauenstreik. Genau. Frauenstreik. Also jetzt braucht es noch Fess. Mänzli, du schreibst alles auf. Er geht auf den Lappen. Ja. Nein, zuerst auf Papier. Er hat es auf dem Tisch. Also gut. Ich fange gerade an. Also, äh, äh, die Frauen. Die Frauen treten alle zusammen. Aus, äh, aus einem dunklen Schatten. Und legen die Männer voll auf die Matte. Krass. Hey, sorry. Aber du schläfst ja schon beim Gesühelhosen. Pff, voll. Hey, wie wär's mit? Vom Hafendecke bis auf die Brattle, streikt ja jede zweite Tatl. Ha, 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 ha. Das war das Maximum. Soll ich schreiben? Gut. Moment. Also meinst du, das kommt an bei den Leuten? Ich glaube weniger. Hey. Und das Nebendrasen im Fesseln hast du gesagt, das Nebendrasen. Ein rechter, ruckenschriller Schrei. Schon ist es vorbei mit Shades of Kate. Das ist doch wieder einmal typisch, Mann. Und noch besser. Das Mimösli-Ton kann's nix begriffen. Wie so danst Keino-Sino-Pfiffe. Äh, was ist jetzt nochmal unser Syche? Geschlechtsorgan, offenbar. Glotte Arme. Strahlt in hellem Glanz. Und das Syche interessiert kein Schwach. Kannst du gerade so schreiben, Nätzli? Dressiert mit I oder mit Y? Moment, Moment, Moment. Vielleicht müsste man auch nochmal klären, was genau eigentlich eure Haltung zum Thema ist. Zu scheiden. Zum Streik! Ist egal, oder? Ach, super. Dann ist Gleichberechtigung also egal. Ja. Ist jetzt gut, Frau Schwarzer, oder? Osser, was ist unsere Haltung? Wir sollten mit unseren Fassen protestieren. Uns zum Beispiel kritisch mit struktureller Diskriminierung im Bereich Sprache und Kultur befassen. Wie wäre es mit etwas Lokalem? Zum Beispiel so. Schwestern, gönnt Ihnen Zunft. Frauen gehört auch dort zur Zukunft. Langweilig. Uns holpern, oder? Was holpert? Der Rhythmus. Das ist nämlich immer auch eine Frage vom Silbentakt. Ah, vom Vers Maas. Zukunft ist ein Trocheus, Inzunft ist ein Jambus und Schwesterin ist ein Dactylus. Hey, ist das ansteckend? Ist die Humor ansteckend? Hey, man könnte aber einen Schüttelrein draus machen. Die Meisterstiere, auch in Zukunft gibt es bei uns keine Kuhenzunft. Und wir Frauen sind Kühe. Das ist doch nicht meine Meinung. Es ist nur ein Vorschlag. Es ist rein theoretisch. Rein theoretisch, aha. Dann soll ich rein theoretisch eine Zimmerpflanze fressen. Wäre das lustig. Oder möchtest du mich rein theoretisch melken? Oder soll ich rein theoretisch... Ja, das habe ich dann schon wieder für ein Sujet. Ohne mich! Und jetzt? Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann kommt ans... Schau die Mauer. Schau die Mauer.